Leute, eine neue KI, ein neues LLM ist auf dem Markt und bislang viel zu wenig vorgestellt worden. Es geht um DeepSeq Coder V2. Wie der Name vielleicht vermuten lässt, DeepSeq Coder ist optimiert für Coding und deswegen präsentiere ich euch das Ganze. Ja, das Netz ist sehr, sehr spannend, vor allem, weil es auch noch gleichzeitig Open Source ist und mit den Größen wirklich mithalten kann. Wenn wir uns hier grundsätzlich mal angucken, die meisten Netze, die wirklich was auf dem Kasten haben, gerade was Coding angeht, die sind natürlich Closed Source. Es gibt ein paar, die sind Open, aber die werden eigentlich zum Großteil abgehängt, denn DeepSeq Coder V2, wie gesagt, ist optimiert für Coding und für Mathe. Und wenn wir uns angucken, hier zum Beispiel der Chinese General, da kann kaum ein Netz wirklich mithalten, außer vielleicht GPT-4 Turbo und vielleicht knapp dahinter Ernie und GLM-4. Die anderen sind weit abgeschlagen eigentlich, wenn man es genau nimmt. Genauso eben hier auch Closed 3 Opus, ist schon einiges zurück. Und vor allem, wenn wir hier mal uns speziell den Coding Benchmark angucken, Mathe ist es irgendwie nicht ganz so gut. Also GPT-4 Turbo ist bei Mathe schon nochmal deutlich besser und auch Closed 3 Opus ist bei Mathe deutlich besser. Aber speziell Coding fand ich sehr interessant. Der Human Evil ist eigentlich so einer meiner liebsten Benchmarks, wenn es um das Thema geht. Und hier sehen wir eigentlich nur GPT-4, lustigerweise GPT-4 0613, also von ein bisschen früher und Turbo sind drüber und Closed 3 Opus ist drüber und hier unten Moonshot V1. Alle anderen Netze sind schlechter als dieses Netz und das Problem bei den ganzen Dingern ist halt, ihr müsst dafür bezahlen normalerweise und sie sind nicht Open Source, was bei diesem anders ist. DeepSea Coder ist gratis, auch über die Web-Plattform. Die haben eine eigene Web-Plattform, die ich benutzt habe für den Test und ihr könnt das Ding einfach komplett gratis benutzen mit einem Account und könnt da auch Anfragen hinschicken. Ich habe kein Limit festgestellt, ehrlich gesagt, das ist ziemlich geil. Und es ist Open Source, das heißt, ihr könnt das Netz oder die Model-File runterladen und bei euch lokal einfach ausfirmen. Was sehr, sehr cool ist tatsächlich, vor allem für Firmen, die natürlich ihre Geschäftsgeheimnisse, aka Code, nicht einfach aus dem Unternehmen rausgeben dürfen. Also wer weiß, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, das bei euch in der Firma dann auch zu verwenden. Für Privatpersonen hingegen ist es nicht so gut. Ganz einfach aus dem leichten Grund, es hat 236 Milliarden Parameter, was wirklich viel ist. Ich habe bei mir 8x7 sehr gut ausführen können, 8x21 hat nicht geklappt. Das schafft meine Grafikkarte einfach nicht, da braucht man was Stärkeres. Und das Ding ist ein Mixture of Experts, also so wie eigentlich quasi alle Modelle heutzutage, würde ich behaupten. Und es hat einen 32.000-Token-Kontext. Das ist solide, aber nicht so gut wie das von Claude3 Opus zum Beispiel. Da kommen wir nachher noch dazu, was uns das kaputt macht. Wie gesagt, es ist speziell für Mathe und Coding optimiert. Und es gibt auch eine API, wenn ihr es bei denen gehostet verwenden wollt, geht das auch. Dort zahlt ihr dann zwischen 14 und 28 Dollar Cent für eine Million Tokens. Das ist sehr, sehr günstig, wenn man das vergleicht. Die meisten anderen Netze, da bezahlt man zwischen 5 Dollar pro eine Million Tokens und sogar 15 und teilweise sogar 75 Dollar pro eine Million Tokens. Also das Ding ist wirklich, wirklich günstig. Und ich weiß nicht genau, wie sie das machen, ob die Hardware einfach nicht so stark belastet wird, ob es einfach weniger braucht. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber es ist ein unfassbar günstiger Preis. Ich bin ein bisschen, ich bin noch zu hier gespalten. Ich weiß nicht, wie sie das machen, okay. Wenn wir uns jetzt aber mal die Performance angucken und das mal selber benchmarken. Ihr wisst, ich habe einen Benchmark dafür. Ich bin den mal für euch durchgegangen. Und dieses neue Format hier, bitte gebt mir auch Feedback dazu nochmal. Und speziell auch zum Ton. Letztes Mal haben sich ein paar Leute beschwert, dass der Ton leicht verzögert war. Das sollte jetzt gefixt sein. Ich habe den Ton direkt von meiner Kamera eingespeist. Danke für das Feedback. An der Stelle ist es sehr wertvoll. So, und wenn wir gerade dabei sind, so ein Mini-Werbeblock für mich selber, guckt beim Newsletter rein. Ich habe auch das Modell und noch 10 andere Sachen stelle ich jede Woche im Newsletter vor. Meistens sogar mehr als 10. Deswegen guckt da auf jeden Fall vorbei. Der Newsletter ist wirklich so ein Roundup, was in der Technikwelt gerade passiert ist. Und die Highlights sind da alle drin. Das ist wirklich eigentlich ein Service von mir und meine persönliche Abo-Box für euch sozusagen auch. Okay, wenn wir uns jetzt das Ganze angucken. Ich habe mal gesagt, bitte kommentiere und beschreibe mir, was Assembler-Code tut. Das ist nicht einfach. Das ist so ziemlich das Schwerste, was man bekommen kann. Python-Code ist 10.000 Mal leichter lesbar. Auch für Large-Language-Models übrigens. Und im ersten Abschnitt kam wirklich eine perfekte Zusammenfassung, was der Code tut. Ich werde jetzt nicht eins zu eins durchgehen. Ihr bekommt einfach nur mein Feedback und könnt es dann einfach selber testen. Link ist natürlich unten in der Beschreibung drin, falls ihr selber gucken wollt. Dann habe ich in einem Statement übrigens, in einem Prompt gefragt, bitte beschreib mal den Logik-Flow von dem Assembler-Code, den du da bekommen hast. Und genau das habe ich dabei rausbekommen. Auch das ist wirklich on point. Und bei Assembler ist es nicht einfach. Da muss man verstehen, was die einzelnen Register tun und die dann zuordnen können. Dass das hier so gut funktioniert hat, bin ich sehr beeindruckt von. Wie gesagt, das kennt man von großen Modellen, sowas wie Opus oder GPT-4O oder sowas, ist das bekannt. Aber bei einem Open-Source-Modell, ich hatte eigentlich meistens Schwierigkeiten mit sowas. Ich hatte nie, außer mit Mistral vielleicht, hatte ich selten wirklich ein Netz, was das wirklich gut gemacht hat. Und das ist gut gewesen, wirklich sehr gut gewesen. Wir haben auch die Register-Usage. Auch das ist besser, als ich das zum Beispiel von ChatGPT gewohnt bin, weil es einfach das alles so schön kategorisiert hat und immer gesagt hat, was da genau gemacht wird. Und ich habe gesagt, im gleichen Atemzug, dokumentiere mir bitte diesen Code auch. Und hier kriegt ihr jetzt auch mal den Code zu sehen. Es hat an jedes Ende genau das dran gepackt, was man eigentlich erwarten würde. Also beschrieben, was da genau passiert oder selbst wenn etwas eingegeben wurde, dass es dann Dinge tut. Also hier zum Beispiel möchte ich ganz kurz ein Augenmerk drauflegen. Jump to Label B if no arguments. Das heißt, wenn unser Programmcode keine Argumente bekommt, dann springen wir zu B. Und B ist String meh aufsetzen und dann printf to print meh. Das heißt, wir springen quasi zu dem Bereich, der meh sagt. Und das aber auch hier zu sehen, wir springen da nur hin, wenn wir keine Argumente haben. Das ist ein Kontext aus diesem ganzen Zusammenhang hier, nämlich aus diesem ArgumentCount. Was ich sehr, sehr gut finde. Und was wirklich hilft, wenn man den Code lesen möchte und das Ganze verstehen möchte, was da passiert. Also wie gesagt, das hier ist sehr, sehr gut. Gut, ich habe dann anschließend auch gesagt, bitte übersetzen mal den Code. Das heißt, wie sieht das Ganze in C aus? Und auch das hat es so gemacht, wie ich das tatsächlich erwarten würde. Ich wüsste nicht, wie ich den Code besser machen könnte. Denn genau das hier ist eigentlich so ziemlich das Schnellste, das Effizienteste und das Cleanste, was man schreiben kann. Ohne irgendwie wirklich ein Problem zu bekommen. Ja, dass hier vielleicht ArgC genutzt wurde, das kann man vielleicht diskutieren. Aber grundsätzlich ist das sehr, sehr gut. Okay, ich habe dem Ganzen also in meiner persönlichen Empfindung einfach mal 100 Punkte gegeben, weil ich wirklich nichts hätte, was man da besser machen könnte. Und bin direkt übergegangen zum zweiten Test, wo ich einfach Tests schreiben wollte. Also, Benchmark-Tests meine ich nicht, sondern Unit-Tests und Frontend-Tests. Ich habe hier eine JavaScript-Datei verwendet. Und das sind die ersten Testausgaben, die mir hier erstmal eine sinnvolle Bibliothek dafür benutzen und das Ganze über Describe beschreiben. Also im Endeffekt, wenn ihr schon mal JavaScript-Tests geschrieben habt, kennt ihr das. Man beschreibt, was der Test tun soll und sagt, was er dann tatsächlich tun möchte und berechnet hier etwas und expectet das Ganze dann, dass es etwas tut. Das heißt, hier in dem Fall wollen wir, dass die Bewertung von diesem Ergebnis, von diesem Passwort hier, wenn wir das berechnet haben, very strong und mit dem Feedback Excellent Password ist. Und das ist es durchgegangen im Endeffekt für alles. Also hier einmal für das very strong Password, dann nochmal ein very strong Password, lustigerweise aber mit mixed Characters. Und dann haben wir hier ein strong Password, ein anderes strong Password, medium und nochmal medium und wir haben ein weak Password und noch ein anderes weak Password. Und anschließend tatsächlich auch die Edge Cases. Ich habe explizit danach auch gefragt, aber das tue ich immer. Aber ich habe nicht definiert, was genau Edge Cases sein sollen. Und in dem Fall hat es mir hier null genommen, was gut ist. Es hat mir sehr lange Passwörter genommen, was auch sehr gut ist. Es hat mir hier einfach 4000 Passwortlänge genommen. Das ist sehr, sehr gut. Und es hat nicht Standardbuchstaben genommen. Also wirklich hier eine gute Mischung. Was es nicht genommen hat, sind empty Strings. Also dass ich einfach nur einen leeren String da reingebe, das wurde nicht getestet. Danach habe ich auch nicht direkt gefragt, aber ich würde es schon erwarten bei Edge Cases. Da muss man also selber nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Sehr, sehr gut. Also trotzdem hier, ich habe anschließend noch nach UI-Tests gefragt. In einem zweiten Aufruf dann aber. Und auch die UI-Tests war ich sehr zufrieden. Es sind mehr als nur die paar. Ich habe euch nur einfach ein paar gecherrypickt. Aber grundsätzlich ist es gut, auch mit der Testing-Library von React das Ganze zu machen. Ist sehr sinnvoll. Und dann zu gucken, wie sieht das Ganze gerendert aus. Und dann gucken wir, welche Farbe hat das zum Beispiel, beziehungsweise welcher Text ist da drin. Und das ist genau das, wie man es machen würde. Und dementsprechend Test schreiben kann das Ding, auch wenn es einen Edge Case vergessen hat. Ich habe dem ganzen 95 Punkte gegeben. Gut. Nächstes Beispiel ist natürlich wie immer, wie gut ist das Ding im Competitive Coding. Competitive Coding meint da, wir beschreiben ein Problem sehr, sehr gut und sehr, sehr detailliert. Mit sehr vielen Beispielen und einer wirklich ausführlichen Beschreibung einfach. Und wir testen im Endeffekt die algorithmischen Fähigkeiten. Und dazu habe ich mal drei Coding Challenges von uns bei der Bootstrap Academy genommen. Die hier ist mittelschwer. Die einfachen probiere ich schon gar nicht mehr. Die sind einfach, die setze ich mittlerweile voraus, lustigerweise. Die hier ist mittelschwer. Und das ist der Code, der rausgegeben wurde. Im ersten Anlauf übrigens. Ich habe nicht nochmal nachgefragt. Nichts verändert, nichts verbessert, gar nichts gemacht. Das ist der erste Code. Es ist nicht einfach gewesen. Dynamische Programmierung ist nichts, was man direkt im, keine Ahnung, ersten Semester, glaube ich, lernt man das nicht. Dementsprechend, ja, ist nicht einfach. Und es war richtig. Es war komplett, ohne dass ich irgendwas anpassen musste, war genau die Abgabe richtig und gelöst. Fand ich sehr beeindruckend. Deswegen Hut ab von meiner Seite. Was die schweren Challenges angeht, hier ein kleines Beispiel. Ihr könnt die ganzen Challenges auch bei uns auf der Bootstrap Academy einfach nachgucken, gerne. Und auch mal selber probieren in verschiedensten Sprachen. Checkt es gerne mal aus an der Stelle. Diese Challenge ist deutlich, deutlich schwerer. Das ist eine von den harten Challenges. Das wäre der Code. Gut, ich präsentiere euch den nicht im Detail. Es hat einiges benutzt, aber leider war er halt einfach falsch. Also das muss man einfach, ja, das hat es nicht geschafft. Die schweren Challenges, keine Chance. Ich habe auch noch eine zweite schwere Challenge probiert. Traveling Strings. Und auch hier war die Ausgabe jetzt nicht schlecht. Wenn man sich das mal so anguckt. Hier 4, 1, 1, 1. Wurde zu 17, das hat es richtig erkannt. Dann Python statt Dart. Und dann haben wir hier unten erst Dart leider gehabt. Es ist nicht schlecht, ja. Es ist auf jeden Fall ein Ansatz. Es hat keine expliziten Fehler reingehauen, wie zum Beispiel Claw 3 das gemacht hat. Oder auch GPT-4 übrigens das gemacht hat. Oder Gemini. Die haben allesamt irgendwelche Fehler eingebaut, sodass der Code nicht mal mehr ausführbar war. Das war hier nicht das Problem. Trotzdem war leider einfach der Algorithmus eben nicht optimal und nicht perfekt gut. Und grundsätzlich ist dieses Netz aber mindestens auf dem Niveau von einem der großen. Also Gemini, ich würde schon sagen, dass das stärker ist als Gemini. Claw 3 würde ich auch sagen, dass es stärker ist. Wobei ich das neue Claw 3.5 so nett noch nicht getestet habe. Und ich weiß nicht genau, wie GPT-4 gerade abschneiden würde bei einem Benchmark. Aber es ist auf jeden Fall in der sehr, sehr weit oberen Liga hier. Und das ist beeindruckend. Bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu klären jetzt im letzten Benchmark. Wollte ich natürlich mal wieder refactoren lassen. Ihr kennt den Benchmark aus der Coding Challenge, die wir damals live veranstaltet haben. Und ja, ich sag mal so, der Code da, ähm, nicht gut. Wirklich nicht gut. Deswegen habe ich einfach mal gesagt, mach mal hier bitte besser. Und ja, Deepsea Coder hat nicht nur den Teil ausgegeben, der hier refactored werden soll. Sondern auch das davor und das danach, was die Ausgabe unfassbar lang macht. Und grundsätzlich auch teurer macht, weil ihr ja mehr Ausgabe habt. Trotzdem hat es mir den Teil gut refactored, den ich refactored haben wollte. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob vorne dran und hinten dran auch noch was gemacht wurde. Das habe ich einfach tatsächlich übersprungen. Aber der Teil hier, das stand vorne dran, wirklich macht das, ähm, wurde zu diesem kleineren Teil. Grundsätzlich, ähm, vielleicht euch eine Zusammenfassung hier. Ähm, die Schnittstelle an sich ist gleich geblieben. Das ist schon mal ein Minimum Requirement, was ich an Refactoring habe. Und das hat Gemini damals absolut nicht hinbekommen. Oder was, GBT4? Ich weiß nicht, ein Modell hatte das überhaupt nicht mehr hinbekommen. Deswegen hatte ich hier gesagt, das muss einfach dabei sein. Ähm, dann haben wir das überflüssige Floatcasting hier drüben aufgehoben. Weil es wird sowieso wieder am Ende zu einem Float. Brauchen wir also kein Floatcasting in dem Sinne haben. Und, ähm, hier drin, der Value wurde auch nicht mehr gecastet. Ähm, wir haben mehrere überflüssige Boole's entfernt. Falls ihr euch den Code hier nochmal anguckt, hier oben gab es dieses Error Occurred. Das kann gar nicht passieren. Das ist hier einfach drin. Und wir haben dieses Blur Pixel hier auch nicht mehr. Und dieses V-Valid haben wir auch nicht mehr. Also diese ganzen Booleans, die hier manchmal True, manchmal False sind, die sind hier alle nicht mehr drin, sondern es wird einfach live berechnet. Und hier geguckt, soll das jetzt berechnet werden oder soll das nicht berechnet werden? Dann wird einfach drüber gegangen, so wie es sein soll. Das ist sinnvoll. Ähm, nur mit der Berechnung bin ich nicht ganz so d'accord, sag ich mal. Weil ihr hier drin tatsächlich, ähm, alles in einer Zeile stehen habt. Und das finde ich nicht sonderlich lesbar. Da fand ich das hier vorher, also nicht unbedingt lesbar, aber, naja, ist Geschmackssache. Ich sag's einfach mal so, es ist Geschmackssache. Das Delete hier unten wurde auch stark vereinfacht. Ähm, da stand vorher, wenn das verändert wurde, dann lösche es. Oder falls es vorhanden ist, dann lösche es. Jetzt haben wir einfach nur ein, jo, mach halt weg. Und das ist relativ gut geworden, würde ich behaupten. Es ist nicht perfekt immer, aber es ist zumindest so, dass ich als Softwareentwickler damit sehr, sehr viel anfangen kann. Und das finde ich sehr wertvoll. Und deswegen habe ich dem Refactoring hier auch 100 Punkte gegeben. Ähm, eine Kleinigkeit aber zu unserem letzten Test, und zwar der Code-Basis. Ich habe den Test ausgeführt, das heißt, ihr gebt einfach die komplette Code-Basis von einem bestehenden Projekt da ein und lasst die Refactoren. Äh, beziehungsweise überarbeiten oder sucht nach einem Fehler oder wollt quasi ein Issue verbessern. Das funktioniert nicht. Das liegt einfach an diesen 32.000 Kontext, ähm, Fenster, das wir haben. 32.000 Tokens ist nicht genug, um eine große Code-Basis da reinzubringen. Cloud 3 Opus war bisher das einzige Modell, das damit einigermaßen umgehen konnte. Ähm, hier sind einfach sogar nur 32.000 vorgegeben. Bei anderen Modellen kann ich zumindest 128.000 eingeben, und es funktioniert dann halt einfach nicht. Hier kann ich nicht mal 128.000 eingeben. Das heißt, wenn ihr an einer großen Code-Basis weiterentwickeln wollt, dann seid ihr da immer noch selber dran. Grundsätzlich, wenn wir das aber so abschließend betrachten wollen, dann ist das ein wirklich, wirklich gutes Modell, gerade wenn es um Coding geht. Und wie gesagt, die Plattform ist komplett offen, komplett kostenlos. Ihr könnt die einfach so benutzen. Ich würde euch empfehlen, da zumindest mal reinzugucken und es mal auszuprobieren, wie gut ihr damit klarkommt mit einem Modell, das wirklich nur für Coding ausgelegt ist. Ich persönlich werde es jetzt auf jeden Fall für ein paar Projekte ausprobieren, und ich bin sehr happy damit. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen den Tag versüßen, eure Arbeit vielleicht erleichtern, und ja, ihr könnt was damit anfangen. Wenn ihr die Kapazitäten habt, dann könnt ihr es natürlich auch zu Hause hosten. Das wäre natürlich so topnotch. Gut, das war es an meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Checkt die Newsletter raus, und wir hören uns. Bis dann. Ciao.